Antenne Vorarlberg Hi, hier ist Vorarlberg-Reporter David Kieber. Ich melde mich aus dem Schauraum der Firma 1zu1 Prototypen. Die hat gerade das AMQ-Siegel verliehen bekommen und gehört somit zu den fünf besten 3D-Druckern der Welt. Geschäftsführer Wolfgang Hummli, ich sage jetzt einmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, David. Was kann man denn alles machen mit einem 3D-Drucker? Ziemlich viel. Zuerst gebe ich dir einmal die Hand. Ich grüße dich. Also wirklich sogar eine Hand, also man kann echt alles machen. Eine Hand, also mit einem Komponenten, die du hier siehst, ist aus komplett einem Stück gebaut. Es ist nicht gefittet, nicht zusammen montiert aus Einzelteilen, sondern über verschiedene Konstruktionsbauteile aus einem Stück wirklich hergestellt. Und das kann man nicht demontieren, man kann jetzt keine Ersatzteile austauschen. Es ist wirklich ein Stück. Unglaublich, also man druckt wirklich die Hand, wenn man das einmal in die Kamera sieht, mit dem Scharnier so fertig aus dem Drucker aus. Und aber nicht nur Hände, man sieht da in diesem Raum wirklich viel. Man sieht hier ein ganzes Bein. Also es ist auch nicht uninteressant in der Medizin, 3D-Drucken. Selbstverständlich ist aber in der Medizin sehr interessant. Und dort wird natürlich auch schon viel über Metalldrucken hergestellt, Implantate, Ersatzteile. Wie viele 3D-Drucker stehen bei euch in der Werkstatt? Insgesamt 21 Stück, verschiedenste Technologien, fünf Technologien. Die gängigen, die im Markt wirklich für die industrielle Fertigung taugen, die haben wir bei uns installiert. Jetzt hast du mir vorhin erzählt, ein 3D-Drucker, der kostet so an die 330.000 Euro, das ist unglaublich viel. Wie erarbeitet man sich als Unternehmen so eine Spitzenposition am Weltmarkt? Ja, indem man natürlich jahrzehntelang schon im 3D-Drucken beschäftigt ist und dass man sehr, sehr gute Mitarbeiter hat, die sich um jede neueste Technologie auf der Welt kümmern, wirklich den ganzen Markt analysiert und sich immer das rauspickt, was wir für unsere mehr als tausend Kunden benötigen. Einer der fünf besten 3D-Drucker der Welt steht in Dornbirn in Vorarlberg und wir sagen herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank.